Leider war es auch so, dass dieses Buch neulich bei Ebay gelandet ist, hab ich gesehen. Also ist schon okay. Aber da hat jemand dieses Buch dann weiterverkauft. Hier die Original, wie heißt das, Annonce, wie der Spanier sagt, wenn er Französisch kann. Dialoge von Johannes Fleur, neu, 9 Euro, neu, nie gelesen, bei Fragen bitte melden. Und ich bin ganz ehrlich, ich hatte eine Frage. Und hab die Person, die das eingestellt hat, dann einfach mal ganz frech gefragt. Hallo, ich hab eine Frage und zwar, warum hast du das Buch nie gelesen? Liebe Grüße, weil es ja neu und ungelesen. Und Vivian hat auch, muss ich das echt, hat am nächsten Morgen sehr nett geantwortet. Hallo, ich hab kurz reingeguckt und es war irgendwie nicht mein Humor. Aber wenn es richtig klickt, ist es bestimmt großartig. Hab ich so ein bisschen gefreut. Dann hat Vivian aber kurz überlegt, drei Minuten später, hatte sie dann auch eine Frage an mich. Und zwar, Sie sind aber nicht der Autor, oder? Das war mir dann ein bisschen peinlich, ich hab da nicht mehr drauf geantwortet. Die Anzeige ist, glaube ich, auch inzwischen weg. Die ist von letztem Jahr Oktober, glaube ich. Also könnt ihr euch leider nicht mehr kaufen, ihr müsst das neu erwerben. Aber fand ich schon ein bisschen bitter. Dieses Buch verliert offensichtlich drei Euro an Wert, wenn es bei Ebay weiterverkauft wird. Fand ich schon ein bisschen schade, vor allem, weil ich im Internet gesehen habe, was für Sachen zehn Euro kosten und entsprechend einen größeren Wert offensichtlich haben, einen Wiederverkaufswert, als dieses Buch. Zum Beispiel das hier, Haselnüsse. Verkaufe Haselnüsse aus Rittersport, Traubenussschokolade. Die Nüsse sind sauber von der Schokolade abgelutscht worden. Und kleiner Service, auf Nachfrage lutsche ich auch noch Bärnüsse raus. Diese Haselnüsse sind mehr wert als das Buch. Ein Euro teurer als das Buch. Also, ihr könnt euch überlegen, was hättet ihr lieber? Oder falls ihr sagt, nee, Haselnüsse sind nichts für mich, dann gibt es hier noch ein Bügeleisen. Kostet auch zehn Euro, kann man auch erwerben. Oder falls ihr Technikfreaks seid, dann gibt es hier noch eine Apple Watch. Das ist was ganz, was ganz, was ganz Modernes. Könnt ihr euch auch finden, 10 Euro. Auch mehr wert als das Buch. Könnt ihr euch auch holen. Zu dem Buch gibt es natürlich auch bei Amazon. Kauft das bitte nicht bei Amazon, sondern woanders, weil da hat man als Autorin nicht so viel von. Aber da gibt es natürlich auch Rezensionen. Die meisten Leute finden dieses Buch fantastisch. Aber es gibt auch eine kritische Rezension, die ich euch mal kurz zeigen möchte. Ich schreibe nie Bewertungen, aber hier muss sich Käufer warnen. So gut der Künstler auf YouTube bzw. der Bühne ist, das Buch ist in keinster Weise lustig und fast zu deiner Unverschämtheit. Ich habe das Buch aber behalten, um den Künstler finanziell zu unterstützen. Das fand ich sehr nett von Christian. Das hat mir durch den Sommer 2020 geholfen, dass er das Buch nicht zurückgeschickt hat. Von dem Euro habe ich mal schön ein paar Süßigkeiten geholt und den Sommer geschafft. Und mich trifft sowas. Mich trifft negative Kritik. Da ärgere ich mich, glaube ich, alle Leute, wenn die gesagt bekommen, du hast deinen Job nicht so gut gemacht. Das trifft mich natürlich. Und ich musste das irgendwie verarbeiten, dass es da eine Ein-Sterne-Bewertung gibt. Die ganzen positiven blendet man ja aus, wenn es eine negative gibt. Und habe dann das gemacht, was dann viele Leute machen. Ich habe mir andere Sachen angeguckt, die auch schlechte Bewertungen haben. Und habe ein Buch gefunden bei Amazon, was nur eine einzige Bewertung hat. Und die ist ein Sterne. Und zwar das Buch Superspitze Anglerwitze von 2005. Lachen ist gesund, angeln auch. Die ultimative Witzesammlung. Und das hat nur eine einzige Bewertung, im Gegensatz zu meiner. Ich habe dieses Buch von meinen 15-jährigen Neffen bestellt, der ein großer Angel-Fan ist. Cooler Typ auf jeden Fall. Habe ein paar Witzes rausgelesen, aber ich konnte nicht wirklich einen Witz finden, der nur etwas lustig ist. Auch mein Neffe fand keinen einzigen Witz lustig. Würde dieses Buch keinem empfehlen. Und er hat Überschrift, man muss sich schon sehr bemühen zu lachen. Und da dachte ich, gut, das Buch kenne ich ja, das hat auch eine Person mit einem Stern bewertet. Aber das Buch kann ich noch nicht. Deswegen habe ich immer das Geld von Christian genommen und mir das bestellt. Und mitgebracht. Und hier ist jetzt das echte Buch Superspitze Anglerwitze, vorne mit einem Aufkleber. Selbst der Preis ist ein Witz. 4,95 Euro. Und da können wir jetzt mal gucken. Ich hätte gerne mal den Vergleich. Mal gucken, was in Hattingen besser ankommt. Die Dialoge oder ein Anglerwitz. Und da könnt ihr gerne nochmal Stopp rufen. Hey, ruf gleich wieder. Nee. Und gucken wir mal, welcher Witz denn heute vorgelesen wird. Und ich fake das auch nicht. Stopp. Links oder rechts? In rechts. Uneinigkeit. Diskutiert das bitte kurz aus. Rechts wolltest du, ne? Die leisere Person wollte links. Wir hören heute auf die leisen Stimmen. Denn auf die leisen Stimmen kommt es an in unserer Gesellschaft. Nicht auf die Lauten, die auf die Straße gehen und sagen, Corona gibt's nicht. So, das Gedicht. Achso, der Witz heißt noch ein Gedicht. Ich kenne es auch noch nicht. Noch ein Gedicht. Lehrer. Wer kann ein schönes Gedicht aufsagen? Ich weiß eins, sagt Karlchen. Ein Fischer saß am Elbestrand und hielt eine Angel in der Hand. Er möchte fangen einen Barsch. Das Wasser hing ihm bis zum Knie. Das reimt sich ja gar nicht, sagt der Lehrer. Doch, sagt Karlchen. Warten Sie mal, bis Flut ist. Dann reimt sich das. Gut, man muss sich schon sehr bemühen zu lachen. Da hat der Mensch im Internet völlig recht. Gut, ihr könnt euch selber entscheiden, welches Buch holt ihr euch. Falls ihr aber sagt, Johannes, hau ab mit deinen doofen Büchern. Ich will was komplett anderes. Auch für euch gibt's natürlich im Internet noch Angebote, was ihr euch sonst noch an Büchern erwerben könnt. Zum Beispiel habe ich diese Anzeige hier gefunden. Komplette Brockhaus-Enzyklopädie. Verkaufe, komplette Brockhaus-Enzyklopädie. Ich habe geheiratet. Und die Alte weiß eh immer alles besser. Vielleicht ist das dann ja was für euch. Ich habe geheiratet. 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 Ich habe geheiratet.